hallo und herzlich willkommen zu diablo wir machen weiter mit dem gewölbe des webstuhls das fünfte und letzte gewölbe und dann haben wir es alle gemacht haben kein tagebuch bekommen und dann ist es mir auch egal dann machen wir ein paar quests und die karte aufdecken und machen da auch so cooles zeug weil wie ich gelesen habe ist es halt auch von vielen problemen haben sie zu sammeln als halt nicht immer droppen und das ist halt ganz schön scheiße wenn wir dann wie ich schon ein paar mal gesagt habe zwar nicht immer so eine scheiß lang und durchlaufen muss man was findet ist das schon bitter für ein hauptquest ist jetzt nicht so dass wir hier irgendeinen nebenquest spielen weil es dann darum geht glück zu haben ganz cool mit denen hier machen wenn er jedes mal der malfaster kommt und was cooles droppt so vier steine waren es vier portale so ruhe da geht es weiter nee tut es nicht hier geht es weiter einmal zweimal und vier und vier so so dann hauen wir die auch weg wenn es meine müßlich wäre auch ganz schön groß hier, ne, wie soll ich jetzt anschein? ahja ja jetzt kommen wir da so so jetzt kommen wir da das ist ungewöhnlich alles abgekackt ich habe ja keinen nemer große leuchtende ruhe und hier haben wir den ersten Stein und hier geht es wieder zurück Steinpotest Schlüssel auch da hin so, dann geht es hier rein dann machen wir hier genau dasselbe in grün diese Gegner haben wir hier nicht wir haben noch nichts in unserem Inventar Schocklanze alles klar dann geht es hier rein so, auf gehts Schocklanze das ist von Ulf doch, stimmt die können wir nicht mehr schöner Haufen von Schocken ein paar Wölfe das sind noch mehr so richtig für runs ist das ja nicht geeignet hier vier schlüssel suchen der rüllen rufende rollkotter sehr geil wieder prädiktioniert hier durchzuwirbeln also gut, halt eins der ganzen monstine spielen sollen so oh ja naja, scheiße vielleicht da die Ato Stiefel, die Bauernschuhe, trotzdem cool, einsammeln, Steinschnitzerei und zurück, bisschen schräg gelaufen, dann geht's genau hier nach rechts runter, oh, 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 come on this, oh, 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 und los den letzten Stein suchen, holen, finden, eine Hacke, es hätte doch gar nicht angezeigt, wenn man die Kohle einsammelt, ne? das hört, sehr schade, früher gab es so mal, verwundbar, vient zum beside Der komplette Verlust der Muttersprache, ja, ja, ihr könnt da, lauft mal einfach nach, so, hier machen wir was, einmal, zweimal, ich finde es eigentlich ganz cool, wo die Feuer kaputt macht, und dann, jetzt hier weiter, oh nein, den brauch ich jetzt ja gar nicht, ne, hier ist ja zu, ne, da stehen jetzt zwei draußen, hoffe ich, hier ist ja mein, das ging jetzt auf jeden fall mal schnell und dann brauche ich einen stein dann gehts zurück so, schluggesteinpodest und das letzte oh, da haben wir noch nicht da haben wir da entlocken sehr schön, Handschuhe das ist auch genau das, was wir brauchen die Hosen nehmen wir auch mit und dann gehts ins letzte vampirischer Schläger ich würde sagen, ich würde sogar mal ein bisschen ausmisten das fallen lassen wir müssen jetzt auch nicht wirklich jeden scheiß einsammeln und los gehts jetzt der stein so, oh, hier ist wieder ein aber er ist kein Problem hier müssen hier müssen Spieltore hier so, hier sind wir am Ende quasi hier sind wir hier sind wir hier sind wir Wittebosse Das ist unser Endgegner, der hinter Sehr schön, ich glaube ich sammle auch nur noch Gold und Gelb ein, also Rare und Unique So, oh, nur von Meistern Ich bin da nicht mit dem Komm her Ich bin noch ein bisschen weiter in die Mitte, wo in der Fettigerung kämpfen, ist halt scheiße Okay Ich bin im Streifen hier aber ganz gut, ne, bei dem Typen hier Ich muss nur aufhören, wo er dann halt hinspringt Ich muss warten So, ich sollte Komm, trock mal ein paar Heistände Ich muss auch abstimmen Ist für dich egal War halt ewig, ne Warte Da ist ja nicht so gut Wie ist das Aber das ist ja gefährlich Das ist ja die Einmal in die Zeugnis Ich kann das nicht Einmal kommen zu drückt Das ist halt schon bitter, ne? Ich hätte das eh noch warten und alles. Ein Leben hatten wir ja. Es ist nicht so, dass es jetzt irgendein schwieriger Kampf wäre. Ich möchte ja nur rum und drehen uns halt ein bisschen. Aber, ich kann jetzt eben nur dafür führen dürfen. Das wird wirklich anstrengend. Na gut. Das ist ein ganzes Paupiel. sind irgendwo noch Eiltränke irgendwie was was soll ich sagen so soll ich mir mal einer ich brauche mal zwei Stück Tatsuk kann ich auf den Kasten Soll ich gleich mal. Wenn der übrigen Scheiß macht Da hat er nur einen Ich muss noch heute mal ein paar So komm schon und guck Tu mich mal heilen Oder Heißränke trocken Oder Über und unter machen ist auch geil So wollte ich das nicht haben Leute 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 So Und Das war jetzt mal Das Ende Hier ist es endlich Weg da der Gebäude So Das ist auch geil ne Ich habe jetzt irgendwie so ein Dämon Weil sie noch schrecklich hinbekommen sind Das war die Dämonste 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 Das ist auch Die Die Dassel Das ist auch Kommen sie Ich habe Ich habe Das ist noch Ich habe Ich brauche wirklich für beide Zollt und Schutz um sie zu öffnen, danke für das Gespräch. Ich laufe einfach zurück und hole mir den, aber es geht jetzt gar nicht mehr, gell? Es geht nur, wie auch immer. Gut, wir machen weiter im nächsten Teil, bis dahin wünsche ich euch was, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.